Willkommen bei PIX&POX. Wir zeigen dir in diesem Video sehr genau wie du die Frontlinse deines Nikon 18 200mm Objektivs von beiden Seiten schonend und gründlich reinigst. Los geht's. Wir haben das Objektiv, einen starken Blasebalk und ich meine stark, zwei kleine Schraubenzieher, besser etwas aus Holz oder hartes Plastik verwenden, wenn ihr das zur Hand habt. Diese werden im Notfall zum Einsatz kommen. Zu guter Letzt noch ein sauberer Mikrofasertuch für die Linse Reinigung. Nehmt zuerst den Objektivdeckel ab und begutachtet mit einer schreck gerichteten Lampe die Verschmutzung. Mein Objektiv sieht eigentlich gut aus, weil ich es regelmäßig reinige. Verschmutzungen und Staub auf der Frontlinse lassen sich am besten beim voll ausgezogenen Tubus erkennen. Vorne am Objektiv sehen wir einen Metallring mit zwei Aussparungen dran. Beim VR1 wie auch beim VR2 Modell. Dafür sind die zwei kleinen Schraubenzieher gedacht. Wie gesagt nur im Notfall benutzen und ich brauche nicht zu erwähnen wie vorsichtig man damit hantieren sollte. Haltet mit einer Hand das Objektiv gut fest und versucht zuerst mit den blanken Fingern diesen Ring gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen. Meist klappt das auf Anhieb. Wenn das nicht klappt versucht es vorsichtig mit den Schraubenzieher. Beim ersten Mal habe ich die Spitzen in Tücher gewickelt, nur zur Sicherheit. Dreht so lange dran bis ihr die Frontlinse abnehmen könnt. Das Gewinde ist sehr fein, dies dauert also eine Weile. Wenn es so weit ist, dreht das Objektiv auf den Kopf und lasst die Frontlinse vorsichtig rausrutschen. Die Linse ist mit drei Metallringen versehen. Diese rutschen entweder mit raus oder bleiben im Objektiv stecken. Holt sie vorsichtig raus und arrangiert sie in derselben Reihenfolge wie ihr sie entfernt habt. Putzt diese nur bei extremer Verschmutzung, da ihr ansonsten die leicht ölige Patina darauf entfernt. Jetzt haben wir die nackte Frontlinse in der Hand und kommen überall dran. Aber zuerst machen wir den Tubus und die Linse da drin sauber. Dazu blasen wir mit dem Blasebalk ordentlich Luft rein und drehen es auf dem Kopf. Wenn jetzt etwas außer Schmutz rausfällt, habt ihr ein Problem. Scherz beiseite, da fällt nichts raus, was nicht schon vorher lose war. Tubus wieder einfahren und noch einmal ordentlich durchpusten. Ich schließe die Innenreinigung mit dem Polieren der inneren Linse ab. Dieser Teil des Objektivs ist jetzt perfekt sauber. Nehmen wir uns als nächstes die Frontlinse vor. Packt es vorsichtig am Rand an und blast eventuellen Staub von beiden Seiten kräftig weg. Die Linsenfassung ist leicht ölig und sollte nicht gereinigt werden. Kann man zwar machen, da die Frontlinse sich nicht dreht, aber dieser Ölfilm ist ein Staubfänger. Ich putze jetzt die Frontlinse sehr grünlich von innen und setze die Metallringe in der umgekehrten Reihenfolge wieder ein. Noch einmal zur Sicherheit putzen, falls eines der Ringe die Linse berührt haben sollte. Haltet das Objektiv gut fest und setzt das Ganze jetzt wieder in den Tubus ein. Weil man seltenst den Anfang der Gewinde erwischt, muss man ein wenig die Frontlinse hin und her drehen, bis es greift. Wenn es leicht geht, schraubt die Frontlinse bis zum Ende rein. Wenn nicht, hat das Gewinde Schreck gepackt und ihr solltet es noch einmal versuchen. Anschließend macht es nur so fest, damit ihr es gleich wieder mit etwas Kraft lösen könnt. Noch fester muss es nicht sein. Der letzte Schritt wäre jetzt die Frontlinse von außen zu reinigen. Ordentlich durchpusten und mit dem Lappen um den Finger gewickelt die Fingerabdrücke weg polieren. Vergiss dabei nicht die Ränder. Es soll schließlich perfekt werden. Es sieht sehr gut aus. Genau wie neu oder sogar besser. Und noch einmal beim ausgezogenen Tubus. Perfekt. Viel Spaß ohne Staub, Abrieb, Sand und Baumrinde. Bis bald. Primulierung Abs Wam